Komplexe Zahlen, Addition, Zeiger. Wenn wir in den Taschenrechner Wurzel aus minus 4 eingeben, würde ein Error-Befehl kommen. J ist Wurzel aus minus 1. Dann kann man das hier auch berechnen. Man zerlegt Wurzel aus minus 4 in Wurzel aus minus 1 mal Wurzel aus 4. Wurzel aus 4 kann man ziehen, ist 2. Dann erhält man J2. Wurzel aus minus 9 ist Wurzel aus minus 1 mal Wurzel aus 9. Das gibt J3. J² ist minus 1 und J3 kann man nach dem Potenzgesetz wieder in J2 mal J1 erlegen. J² war ja minus 1 und damit haben wir minus J. J hoch minus 2 ist 1 durch J² und J² war minus 1. Also 1 durch minus 1 gibt minus 1. JA plus JB ist JA plus B. Wenn wir J2 haben, also das wäre hier, das wäre J2, plus J3, das wäre J5. A mal JB ist JA mal JB und JA mal JB, J mal J ist J², A mal B und J² mal minus 1, dann haben wir minus AB. Z1 ist A1 plus JB1 ist eigentlich nur dieser Punkt. Z2 ist A2 plus JB2, dieser Punkt. Und wenn wir die komplexen Zahlen Z1 und Z2 addieren, erhalten wir A1 plus JB1 plus A2 plus JB2 gleich Realteile zusammengefasst. A1 plus A2 und die Imaginierteile zusammengefasst ist JB1 plus B2. Schauen wir uns hier mal an. A1 war 1, A2 war 4, zusammen haben wir 5. J2 und J1 zusammen gibt das J3. Das wäre der Summenzeiger. Diese Zeigerdarstellung wird auch in der Elektrotechnik benutzt. Schauen wir uns das hier unten mal an. Wir haben hier auch eine komplexe Ebene. Wir haben hier die Spannung U1, die ist grün gezeichnet, hat eine Phasenverschiebung von 30 Grad und U2 hat einen Phasenwinkel von 70 Grad und das wäre der Summenzeiger. Als Funktion über der Zeit dargestellt würde es so aussehen. U1 hat eine Phasenverschiebung von 30 Grad, U2 von 70 Grad und der Summenzeiger hat 54,17 Grad. Ich werde das mal ein bisschen vergrößern. Das sieht man jetzt hier. U1 hat 30 Grad, U2 70 Grad und der Summenzeiger 54,17 Grad. Ihr seht hier die Zeiger U und W. Der Zeiger W eilt dem Zeiger U um 90 Grad voraus. Hier haben wir einen Einheitskreis. Ein Einheitskreis hat den Umfang 2Pi mal 1, also 2Pi. In der Elektrotechnik rotieren diese Zeiger auch mit der Kreisfrequenz Omega. Was bedeutet das? Diese Strecke, also der Umfang vom Einheitskreis, wird in der Periodenzeit T zurückgelegt. 2Pi mal f ist die Kreisfrequenz bzw. 2Pi durch T. Die Winkelfunktionen, die wir kennen, Sinus, Qus, werden dadurch erzeugt, dass man die Y-Komponenten der Zeiger in Abhängigkeit des Drehwinkels aufträgt. Ich lasse mal zunächst die Zeiger rotieren. Die rotieren ja beide mit der Winkelgeschwindigkeit Omega. Zusätzlich blende ich jetzt die Winkelfunktion ein, die der rote Zeiger mit seinen Y-Komponenten schreibt. Das wäre die Sinusfunktion. Hier sehen wir auch immer den Winkel, der hier angezeigt wird, im Bogenmaß. Der grüne Zeiger erzeugt diese Kusiness-Funktion. Dann schauen wir uns nochmal den Summenzeiger an. Der liegt hier. Ich blende auch nochmal den Kreis ein, auf dem die Spitze des Summenzeigers sich bewegt. Und zusätzlich blende ich diese Summenfunktion ein. Hier sieht man immer den Drehwinkel und die entsprechenden Y-Komponenten, die diese Zeiger haben. Das ist der Zeitpunkt T gleich 0. In der Elektrotechnik werden eigentlich meist nur die Zeiger gezeichnet. Auf dem Oszilloskopbild würde man die Funktion sehen können. Jetzt möchte ich die Amplitude von dem Zeiger W verkleinern. Beobachtet mal die Schwingungen und den Summenzeiger. Dann vergrößere ich das mal wieder auf 1,5 und verändere jetzt den Winkel zwischen U und W. Und zwar verkleinere ich ihn auf 60 Grad. Jetzt eilt der Zeiger W dem Zeiger U um 60 Grad voraus. Und dabei entstehen diese Kurven. Die Sinuskurve hat sich ja natürlich nicht verändert. Aber W hat sich verändert und der Summenzeiger verändert sich damit auch. Wenn ich den Winkel zwischen U und W vergrößere, also W um, sagen wir mal, 120 Grad voreilen lasse, dann habe ich diese Situation. Zeiger Darstellung, Amplitude, Periodendauer, Frequenz, Kreisfrequenz, Phasenverschiebung. U von T ist die Spannung zum Zeitpunkt T. U-Dach die Amplitude der Spannung. Omega die Kreisfrequenz bzw. Winkelgeschwindigkeit. T hat T die Periodendauer, Phi der Phasenwinkel, bezogen auf U von T gleich U-Dach mal Sinus Omega T. U von T ist U-Dach mal Sinus Omega T plus Phi. Omega ist 2P mal F. Die Frequenz ist der Kehwert der Periodendauer, also F gleich 1 durch T. Wenn wir das zusammenfassen, dann haben wir für Omega die Formel 2P durch T. Ich erinnere daran, der Umfang des Kreises ist 2P mal R. Da der Einheitskreis den Radius R gleich 1 hat, erhalten wir für den Umfang des Einheitskreises 2P. Also die Winkelgeschwindigkeit ist Umfang des Einheitskreises dividiert durch die Periodendauer der Schwingung. Eine sinusformige Spannung hat eine Amplitude von 2V, die Frequenz ist ein Hertz und der Phasenwinkel betrage 30 Grad. A. Berechne Periodendauer, Kreisfrequenz, Spannung zum Zeitpunkt T gleich 0 Sekunden, dann die Spannung zum Zeitpunkt T gleich 0,2 Sekunden und zeichne das zugehörige Zeigerdiagramm und den Funktionsgrafen. Für eine Denkpause stoppt das Video jetzt. Gegeben ist U von T gleich 2V mal Sinus Omega T plus 30 Grad und die Frequenz mit einem Hertz. Wir suchen diese Werte hier und Zeigerdiagramm, Funktionsgraf. T gleich 1 durch F. Wir setzen für F ein Hertz ein und erhalten die Periodendauer mit einer Sekunde. Omega ist 2P mal F. Wir setzen für F ein Hertz ein und erhalten 2P pro Sekunde. Das bedeutet, der Zeiger dreht sich in einer Sekunde um 360 Grad. Jetzt sollte U1 zum Zeitpunkt T gleich 0 Sekunden berechnet werden. Da verwenden wir die Formel 2V mal Sinus Omega T plus 30 Grad. Wir setzen für Omega 2P pro Sekunde ein, für T 0 Sekunden und für Phi 30 Grad mal, da müssen wir das in Bogenmaß umwandeln, mal Pi durch 180 Grad. Zum Zeitpunkt T gleich 0 beträgt die Spannung 1V. Jetzt schauen wir das gleiche für 0,2 Sekunden an. Wir setzen für T nur 0,2 ein, sonst ändert sich nichts und erhalten 1,956 Volt. Also dieser Wert hier ist ja im Bogenmaß zu berechnen. Ihr müsst auch den Taschenrechner dann auf Bogenmaß umstellen, sonst bekommt ihr diese Werte hier nicht raus. Dann sollte noch die Zeigerdarstellung und der Funktionsgraf gezeichnet werden. Das sehen wir jetzt hier, hat einen Phasenwinkel 30 Grad. Die Zeigerlänge war 2 Volt und das war ja auch die Amplitude der Schwingung. Wir haben hier diese 30 Grad, das ist die Phasenverschiebung der Spannung. Berechne U3 zum Zeitpunkt T gleich 0,1 Millisekunde für eine Frequenz von 50 Hertz. Also die Amplitude und die Phasenverschiebung bleiben gleich. Um wie viel Grad dreht sich der Zeiger in 0,1 Millisekunde? Zunächst berechnen wir die Kreisfrequenz Omega mit 2pi mal f, also 2pi mal 50 Hertz und das ergibt 2pi mal 50 pro Sekunde. Die Winkelgeschwindigkeit ist hier sehr hoch im Verhältnis zum ersten Beispiel. Also diese Periodendauer wäre jetzt im zweiten Fall nicht eine Sekunde, sondern 20 Millisekunden. U3 an der Stelle T gleich 0,1 Millisekunde. Da verbinden wir wieder unsere Formel 2 Volt mal Sinus Omega T plus Phi und da setzen wir für Omega jetzt 2pi mal 50 1 durch Sekunde ein, multiplizieren mit 0,1 mal 10 hoch minus 3 Sekunden und müssen jetzt wieder plus 30 Grad in Bogenmaß umrechnen, indem wir mit Pi durch 180 multiplizieren. Und dann erhalten wir 1,0539 Volt. Um wie viel Grad dreht sich der Zeiger in 0,1 Millisekunde? Alpha ist Omega mal T und wir setzen für Omega 2pi mal 50 pro Sekunde ein und für T 0,1 mal 10 hoch minus 3 Sekunden. Und dann erhalten wir dieses Bogenmaß für Alpha und das rechnen wir dann wieder zurück in Grad. In 0,1 Millisekunde dreht sich der Zeiger um 1,8 Grad. Im Bild seht ihr die Zeiger U1, U2. Der Zeiger U1 ist um den Phasenwinkel 30 Grad verdreht und U2 um den Phasenwinkel 123 Grad. Diese Zeigerdarstellung wird in der Regel in der Elektrotechnik benutzt. Das heißt, die Zeiger stoppt man zum Zeitpunkt T gleich 0. Das wäre diese Situation. Ich blende jetzt mal den Summenzeiger wieder ein und die Funktionen, die diese Zeiger bei einer Drehung beschreiben würden. Einmal von dem grünen Zeiger, vom blauen Zeiger und vom violetten Zeiger. Dann erhöhe ich diesen Phasenwinkel von 123 auf 180 Grad. Was geschieht, wenn ich jetzt den Phasenwinkel V1 auf 0 Grad stelle? Für eine Denkpause stoppt das Video jetzt. Beachtet die Summenfunktion. Ihr seht, die Schwingungen löschen sich gegenseitig aus. Also die Summenfunktion ist hier auf 0 Volt. Dieses Phänomen wird unter anderem eben auch in der Technik genutzt. In Maschinenhallen ist die Lautstärke teilweise sehr hoch. Und da verwendet man Kopfhörer, die dieses Signal um 180 Grad drehen und dadurch diese Störgeräusche ausschlöschen können. Trigonometrische Formeln und Funktionen. Diese gestrichelte Kurve ist e hoch x. Die verläuft genau durch 1. Wenn wir e hoch x durch 2 dividieren, erhalten wir diese grüne Funktion, also e hoch x halbe. e hoch x halbe an der y-Achse gespiegelt, gibt e hoch minus x halbe. Wenn wir diese beiden Funktionen jetzt addieren, haben wir ja 1 halb plus 1 halb. Das ist gerade 1. Dann bekommen wir cosinus hyperbolicus x als Funktion. Also cosinus hyperbolicus x ist e hoch x plus e hoch minus x halbe. Nun spiegeln wir e hoch minus x halbe an der x-Achse. Und das ergibt minus e hoch minus x halbe. Das ist diese Kurve. Wir sehen ja, diese Kurve und diese Kurve, die schmiegen sich hier ziemlich gut schon an diese sinus hyperbolicus x-Funktion an. Hier haben wir ja minus 1 halb. Hier ist plus 1 halb. Wenn wir die beiden addieren, liegen wir genau auf der violetten Funktion. Also erhalten wir die zweite Funktion sinus hyperbolicus x ist e hoch x halbe minus e hoch minus x halbe oder e hoch x minus e hoch minus x halbe. Es ist auch interessant, wenn wir cosinus hyperbolicus x mit sinus hyperbolicus x addieren, erhalten wir e hoch x. Also diese gestrichelte Funktion. Das schauen wir uns nochmal an, ob das auch funktioniert. cosinus hyperbolicus x war ja e hoch x plus e hoch minus x halbe. Und sinus hyperbolicus x war e hoch x minus e hoch minus x halbe. Wir haben den gemeinsamen Nenner. e hoch minus x entfällt. Wir erhalten im Zähler 2 e hoch x. Das dividieren wir durch 2 und dann haben wir e hoch x. Jetzt ist e hoch nx e hoch x hoch n. e hoch x war cosinus hyperbolicus x plus sinus hyperbolicus x hoch n. Und das ist cosinus hyperbolicus nx plus sinus hyperbolicus nx. Da stutzt man zuerst. Aber wenn man zum Beispiel e hoch 3x sich zeichnen lässt und cosinus hyperbolicus 3x plus sinus hyperbolicus 3x sich auch zeichnen lässt, decken sich die Kurven. Wenn wir jetzt n mit j ersetzen, dann erhalten wir cosinus hyperbolicus jx plus sinus hyperbolicus jx. Und mit diesen Funktionen hier ausgedrückt haben wir e hoch jx plus e hoch minus jx halbe. Für cosinus hyperbolicus x und für sinus hyperbolicus x erhalten wir e hoch jx minus e hoch minus jx halbe. Und nach der Euler-Gleichung, hier haben wir e hoch jx, ist dieser Ausdruck cosinus x und dieser Ausdruck, das ist j sinus x. Diese Euler-Gleichung benötigen wir nachfolgend. Komplexe Zahlen, Multiplikation, Zeiger. Produkt komplexer Zahlen. Komplexe Zahl z1 mal komplexe Zahl z2 ist a1 plus jb1 mal a2 plus jb2. Wir multiplizieren a2 in diese Klammer, dann haben wir diesen Ausdruck. Und anschließend jb2 in diese Klammer, dann ergibt sich dieser Ausdruck. Wir erinnern uns, j² ist minus 1. Dieser Ausdruck ist ein Realteil, der kommt mit minus b1 mal b2 nach vorn. Und die Imaginärteile werden hier auch zusammengefasst. Dann haben wir hier die Formel. Ich habe hier unten ein konkretes Beispiel. z1 ist a1, also 1 plus j2 und z2 ist 4 plus j1. Wenn wir das ausmultiplizieren, erhalten wir 2 plus j9. Und das sehen wir hier auch. 2 und j9. Wenn man diese Winkel hier genauer betrachtet, fällt auf, wenn man phi1 und phi2 zusammenzählt, erhält man genau diesen Winkel phi von dem Produkt. Und das ist natürlich sehr interessant. Deswegen zeige ich euch mal, wie man eine Summenform, das ist z gleich a plus jb, in diese Produktform umwandelt. Zunächst schauen wir uns mal an, r ist der Betrag von z, die Länge von diesem Zeiger. Der lässt sich ja mit dem Pythagoras ausrechnen. r gleich Wurzel aus a² plus b². Tangens phi ist b durch a. Die Umkehrfunktionen draufgesetzt haben wir phi gleich Tangens hoch minus 1 von b durch a. Also wir können diese Winkel hier jetzt direkt mit dieser Funktion hier ausrechnen. Jetzt ist Cosinus phi ankathete durch die Betonuse, also a durch r. Nach a umgestellt, erhalten wir r mal Cosinus phi. Sinus phi ist gegenkathete durch Betonuse, also b durch r. Und da erhalten wir nach b umgestellt r mal Sinus phi. Jetzt ersetzen wir in der Summenformel a mit r mal Cosinus phi b mit r mal Sinus phi. Dann haben wir diesen Ausdruck. Da können wir r ausklammern. Dann haben wir r mal Cosinus phi plus j Sinus phi. Und nach dem Satz von Euler ist Cosinus phi plus j Sinus phi e hoch j phi. Und damit erhalten wir die Produktform dieser Summenform. z gleich a plus jb ist r mal e hoch j phi. Wir wollen das mal für dieses konkrete Beispiel untersuchen. z1 ist 1 plus j2. Wir bestimmen die Länge von z1, also den Betrag. Das ist Wurzel aus 1 Quadrat plus 2 Quadrat. Das ergibt 2,2361. phi 1, also dieser Winkel, ist tangens hoch minus 1 von 2 durch 1. Das sind 63,435 Grad. Wir sehen, das stimmt auch genau. z1 gleich 1 plus j2 gleich r mal Cosinus phi plus jr mal Sinus phi. Das gleiche machen wir für den anderen Zeiger. Da hatten wir ja 4 plus j1. Da können wir auch den Betrag bestimmen. den Winkel phi 2, der stimmt auch hier genau mit 14,04, also gerundet, überein. Jetzt können wir auch für z2 diese Form aufschreiben und erhalten diese Gleichung. z1 mal z2 ist r1 mal e hoch j phi 1 mal r2 mal e hoch j phi 2, also nach Euler. Da hatten wir ja diesen Zusammenhang. Da setzen wir jetzt von oben diese Werte hier ein und erhalten diese Gleichung. Hier können wir r1, r2 ausklammern. Wir multiplizieren jetzt diese beiden Klammern. Die erste Klammer mit Cosinus phi 2. Dann erhalten wir diesen Ausdruck. Und die erste Klammer mit j Sinus phi 2. Dann ergibt sich dieser Ausdruck. Hier haben wir wieder j². Das haben wir hier umgewandelt und erhalten diesen Ausdruck. Jetzt ist nach den Winkelfunktionen Cosinus phi 1 mal Cosinus phi 2 minus Sinus phi 1 mal Sinus phi 2 Cosinus phi 1 plus phi 2 und Sinus phi 1 mal Cosinus phi 2 plus Sinus phi 2 mal Cosinus phi 1 ist Sinus phi 1 plus phi 2. Nach Euler erhalten wir dann r1 mal r2 mal e hoch j phi 1 plus phi 2. Das wollen wir ja auch nochmal schauen, dass es überhaupt stimmt. Wir setzen das hier mit dem Cosinus wieder ein und erhalten, wenn wir diesen Ausdruck hier berechnen, 2. und für den Imaginierteil haben wir j9. Wir haben jetzt hier z1 mal z2, 2 plus j9. Mit der Euler-Gleichung gehalten wir 9,22 mal e hoch j, 77,47. Und hier unten habe ich die Formel für das Produkt aufgeschrieben. Jetzt ist natürlich die Frage, wozu braucht man das? Zum Beispiel bei Leistungen müssen sinusförmige Ströme und Spannungen multipliziert werden. Und da wird das verwendet. So links seht ihr die Zeigerdarstellung. z1 ist 1 plus j1,5. z2 ist 4 plus j1. Der grüne Zeiger ist der Summenzeiger, der rote der Produktzeiger, also z1 mal z2 und der violette z1 durch z2. Ich habe diese Daten mal in ein Tabellenkalkulationsprogramm eingegeben. Also für Zeiger z1 ist Realteil 1, Imaginierteil j1,5. Und für den anderen Zeiger war es 4 plus j1. Der Summenzeiger ist 5 plus j2,5. Das sieht man hier auch. Und der Produktzeiger ist 2,5 plus j7. Die Division ergibt 0,32 plus j0,29. Also es ist auf zwei Stellen gerundet. Das ist hier die Summenform und hier hinten stehen auch noch die Produktformen. Das habe ich hier mit Formeln auch umgewandelt. Ich zeige das mal. r, das war ja der Betrag von z1. Der berechnet sich mit Wurzel aus 1 Quadrat plus 1,5 Quadrat. Das steht hier. phi habe ich dann ausgerechnet. phi in Grad ausgerechnet. r mal Cosinus phi, r mal Sinus phi und hier hinten habe ich nochmal die Darstellung r mal e hoch j phi. Das ist die Produktform. Zusätzlich kann ich hier unten auch noch zum Beispiel von diesem Zeiger hier in die Summenform umrechnen lassen, wenn ich hier 7,433 angebe und den Winkel dazu, der war 70,35 Grad. Dann rechnet er mir hier die Komponenten Real Teil 2,5 und Imaginär Teil j7 aus. Ich wähle jetzt z1,1 plus j3 und für den anderen Zeiger 2 plus j1. Dann habe ich hier den Summenzeiger, den Produktzeiger, den Quotientenzeiger. Und wir wollen das hier mit dem Tabellenkalkulationsprogramm nochmal überprüfen. Ich gebe jetzt hier oben 1,3 ein und ein 2,1. Und dann können wir hier wieder sehen, stimmt tatsächlich, der Summenzeiger ist 3 plus j4, der Produktzeiger minus 1 plus j7, der Quotientenzeiger ist 1 plus j1. Dann geben wir nochmal den Zeiger auf 1 plus j2 ein und den stellen wir auf 3 plus j0,5. Wir überprüfen nochmal die Ergebnisse. Hier hatten wir 1,2 und 3,0,5. Und dann haben wir die Ergebnisse. Wir müssen das hier nochmal ein bisschen verschieben. Das wären ja die Winkel hier. Normalerweise werden die mit kleinen griechischen Buchstaben 4,1, 4,2 bezeichnet. Das Programm macht es jetzt im Großen. Vergleichen wir mal. Summenzeiger z1 plus z2 ist 4 plus j2,5. Stimmt. Der Produktzeiger ist 2 plus j6,5. Ist auch in Ordnung. Und die Division z1 durch z2 ergibt. Da haben wir 0,43 gerundet plus j0,59. Da ist eigentlich 0,6 hier stehen. Ihr könnt ja mal selbst versuchen, mit dem Tabellenkalkulationsprogramm diese Formeln hier einzugeben. Und dann könnt ihr sehen, auch mit dem Grafikprogramm ist es möglich, diese Zeiger sich zeichnen zu lassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017